Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft zusammen mit dem lieber Andreas auf einer Super-Fall-Fall Games Map wo bist du Andreas wo bist du Andreas wo bist du ich sehe dich nicht Prozent ich bin in der Mitte fünf vier wir treffen uns in der Mitte okay auf dem Verzauberungstischl Töschel Prozent 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 hallo komm 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 aber jetzt haben wir gerade damit aufgrund von uns was wird ja wir müssen den unternehmen Scheiße die Leute am alle was ich hab nichts nächster der Opel das was drinnen ich habe auch gefunden und noch die Erblöcke ich habe ein Kettenhau und ein Prozent Holzschwert gekriegt komm Nico ich mag so war die Gäste oder Anfang mag ich nicht weil ich nie was aus den Kissen bekommt ich mag das ganze Spiel nicht naja warum nicht du wolltest doch so wo wir gar nicht spielen ich hab nicht gesagt dass ich hier ich hoffe dieses Spiel oder die habe ich hier schon sehr oft gesagt du hast gerade gesagt du wolltest wo er ist danach so wie wir gar nicht spielen da habe ich bis gut Jungen wir machen aber ich weiß nicht so ich habe einen Kuchen wenn du willst das heißt ich wollte gerade hoch doch ich wurde geschlagen Gott ich bin gleich tot er hat eine Waffe er hat eine Waffe sorry hey lol warum schlägst du mich? ja ich habe getötet ich hab was du hast du essen? hast du essen? naja ich gebe dir nochmal das Fleisch was hast du für eine Axt für mich? ich hab noch eine Ketten ich hab noch eine Kettenhaube gefunden wow da geil ich hab auch eine Kettenhaube gefunden ja dann wird es bald dann können wir beide aufsitzen ich hab einen Kuchen komm mal mit hier ich hab einen Gegner gefunden oh Gott ich bin tot ich wurde einfach one-hitted warte ich schippsen in die Lava wenn ich schaffe er wird einfach one-hitted ehrlich? ja warum? der hat glaub ich ein Eisenschwert der hat doch nur ein Holzschwert ernsthaft? ich wurde one-hitted egal ich schlag ihn trotzdem tot oh der hat ein Steinschwert der Wichser ja ok ich hatte keine Waffe ok Andreas neue Runde äh ich flieg grad durch die Gommel-Mode durch die Gommel-Lobby warte komm mal in die Gommel-Warte geh mal in die Lobby what the fuck äh ich flieg grad in der Lobby herum du hast es grad richtig gehört ich flieg in der Lobby herum ja ey Nico das klingt zwar ein bisschen peinlich aber ich hab gerade zum ersten Mal einen Menschen in Survival-Games umgebracht das erste Mal ja das kann ich verstehen mach mal so das stets ich bin richtig nein ich will mich nicht sehr immer mich nicht zu schämen wollen äh ich hab ein Tod äh gespielte Spieler ein wow ich hab aber schon mehr gespielt eigentlich wahrscheinlich wurde resettet aber ich hab damals auch nicht sehr viele gekillt ich hab vielleicht fünf Leute insgesamt gekillt und das war viel für meine Verhältnisse für meine Verhältnisse ist es überhaupt viel dass ich hier nur nicht als erster Sterbe ich kann PvP nicht muss ich ehrlich sagen ich bin froh und wenn es war auf 9 Update kommt ich kann mindestens Andi wo bist du? wir treffen uns in der Mitte oder ja wir treffen uns ich glaub ich seh dich kann man Sachen aus dem Rahmen schlagen ja ne vielleicht schon dann habe ich richtig gutes Equip gleich ich hab' ich hab' ich hab' Eisen Gitter zwei Typen Bottles ich hab' komische Schuhe nein man kann sagt nicht äh wo bist du anders ich bin in der Mitte ja ich bin grad ein äh ich bin da ich bin hinter dir lauf kommen hinterher komm her ich hab' zwei Achieve und Bottles einer gehört dir eine gehört mir kommst du mit? ja ich bin genau hinter dir prima Schutzzeit ist beendet oh mein Gott nico schiften oh Gott äh ich hab' ein Schwert ich bin tot er ist auch tot glaube ich nein ich bin tot weil zwei Leute auf mich gehen nein er ist tot ich bin tot wie viel Leben hat der? vier, fünfe und halb das Problem war da waren zwei Leute ja das ist da hat sich einfach jemand in der Ecke vercampt also in der Mitte eigentlich der eine Server ist im Arsch hier gibt's denn auch kleinere Server? wieso müssen wir denn solche großen spielen? ja es gibt auch die kleinen 20er Maps was meinst du mit ähm du bist richtig OP wenn du hier was für ähm jetzt spielen wir eine kleine Mapandress oh guck mal das geht direkt los instant geht das los guck mal wahrscheinlich sind wir nur rechtzeitig hä? ich bin gerade ihm gekippt worden ah soll ich die alleine spielen? nein das ist ein bisschen scheiß für mich oder doch dann spielen warte ich lass mich eben umbringen ich sterb sowieso äh was meinst du mit ach das ist gar nicht richtiges SG das ist ähm Dings SG Quick SG so glaube ich weil ja das ist Quick SG weil ich hab kleines SG noch nie gesehen aber das ist mit Teams können wir auch spielen Quick SG stimmt's können wir uns nicht gegenseitig umbringen aber normales SG finde ich besser doch da kann man sich auch gegenseitig umbringen ich hab mal ich hab ne komplette Rüstung ey willst du mal kurz ähm one versus one warte was anderes ich hab grad ne komplette Rüstung bekommen aus Versehen was machst du da warum fragst du hör auf dir einen runter zu holen das ist meine Müller-Müller-Müller-Müller-Müller-Müller-Müller-Müller-Müller-Müller Alter ich hab ne Diabon Brust bekommen Alter ich hab grad voll das gute Equipment wegen nichts Andreas jetzt hör mal auf damit die Leute denken ja du bist pervers hallo hallo Kinderpimmel Sackgesicht ich hab überlebt also willst du nun gleich one versus one camp spielen ich hab's überlebt Nico was warte ich kann nicht denken Harf das ist ne wichtige Frage ja ich weiß ne ähm lass uns noch warte mal lass mir jetzt mal die Räume zu spielen das ist genau so wichtig hast du ich hab gehört dass du dir wirst du hast ja join mir doch nach drück doch auf ähm slash friends äh auf auf den Kopf da ich weiß schon wie das funktioniert aber ich will's nicht mach doch mal man kann zu gucken wie schlecht ich bin ok ich bin gerade echt voll gut ausgerüstet das ist echt Glück ich war fast voll Eisen mir fehlt nur noch die Hose da hab ich voll Eisen in der in der Mitte bekriegen sich gerade alle ja ich beschissen gerade meine Pfeile in der Mitte ähm vielleicht komm ich ja noch ich bin der Schutzgeist der genau über die Fliege vielleicht komm ich ja noch in das Finale aber das Kuchen zum Kuchen geht erst in 30 Alter wie viele Steinsperter klar ich hab noch eins hier und noch einen Bogen ich will und noch eine Angel und noch so und noch dieses bla 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 ich weiß ich weiß es zwar sozial aber 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 beschützt mich mal als Geist ja klar guck mal bitte wo die anderen sind das war nicht die feine Englische da will gleich jemand soll die da kämpfen welche auf der Treppe auf der Treppe sagst du ja ich guck kurz an die Tore aber ich muss kurz die Truhe oh Eisen ah ne hab ich ja schon ahnisch ah hier ist noch TNT ich schmeißt glaube ich TNT von oben da hinten liegt Brohl da liegt ein Brot und Bo wenn die über mir sind dann schmeiß ich ganz viel TTT nicht TTT sondern Tee ah scheiße hier ist ne Wand pass auf da ist jemand gar genau links hä der weiß nicht das hier Glas ist ja du soll mal hier reinkommen ich weiß nicht mal das so überhaupt da bist der Warte da läuft ne doch Warte da sind noch alle sind gerade über dich warte da kommt jemand auf dich zu zwei Leute kommen auf dich zu oh Gott er hat ein Eisenschinken ich schenke ah ich kann kein TNT platzieren komischerweise warte ja und du hast dir eigentlich gerade beinahe getötet oh ich konnte kein TNT platzieren sonst hätte ich die alle platziert und die umgebracht oh mann was war das denn für ein Back ich wollte TNT platzieren hat aber nicht geklappt sonst hätte ich 8 TNT um mir herum platziert dann wären alle tot ich und die anderen wahrscheinlich auch auf dem Teppich platziert ne auf dem Pisten glaub ich schade das wäre richtig cool gewesen so geh mal ja schalten wir jetzt zu One Business One so er wir werden jetzt erstmal die Folge wenn euch die Folge fallen hat lass doch mal Like da oder ein Abo wird mich freuen schau doch bei Andress vorbei wenn er irgendwann mal ein Kanal hat ja äh tschüss Leute bis zum nächsten Mal tschüss Leute bis zum nächsten Mal sagt tschüss ah nicht tschüss das ist das ist das ist